Ich bin mit Frau Marianne Hitzler. Das ist meine Frau. Soll ich die holen? Ja, wer wird beginnen? Ein Moment bitte. Margret! Marianne! Telefon! Ja, hallo, das ist Hitzler Marianne. Hallo, guten Tag. Tag, wer ist da? Ich bin Nina von Limited Charme. Ich rufe wegen Ihrer Bestellung. Sie haben bei uns Apollos T bestellt. Ja? Ja, das war heute. Sie haben das bestellt und ich rufe jetzt Ihnen, dass wir sprechen ein bisschen über dieses Produkt und später geben Sie Ihre Postleitzahl und Adresse, damit ich Ihre Bestellung schicken kann. Das ist eine gute Idee, sonst kommt es ja nicht auch, wenn du keine Adresse hast. Ja, das kommt auf Adresse. Ah ja, woher sonst? Ja, mit AT-Post, ja. Mit was? Ja, mit AT-Post. Was ist das? Das ist eine Firma wie DHL und dann wir schicken das mit AT-Post und dann kommt an Ihnen Adresse so. Ah, das gibt es aber hier in Mittelfranke gar nicht. Das gibt gar nichts. Wo leben Sie dann? Ah, in Bayern. In Mittelfranke. In Bayern. Ah ja? Ja. Ja, und das ist ein Dorf, oder? Ah ja? Und da kommen die auch noch mit dem Paket? Ja. Und Sie kommen nicht bei Paket. Ach so? Ja, aber wie das denn? Ich weiß es nicht. Das ist schon eine Frage gewesen. Ja, das Ah, das kostet es. Ein bisschen entspannt, ja. Wie kann ich dann schicken Ihnen diese Bestellung? Mit der Post? Ja, mit der Post. Ah ja? Ja, gut dann. Und was kostet es? Eine Packung kostet 49 Euro. Ah ja, und das ist zum Abnehmen, ne? Ja, genau. Das ist eine Tee zum Abnehmen. Es ist ein Bioprodukt. Es ist total auf Naturform. Es gibt keine Nebenwirkungen. Es ist keine Chemie drin. Sie machen dieses Tee so, dass Sie zwei Teelöffel des Produktes in zwei Dezilliter heißes Wasser geben und 30 Minuten in einem Behälter stehen lassen. Trinken Sie täglich bis fünf Mal, bis fünf Tassen des Getränks. Eine Tasse von jeder Mahlzeit. So viel? Und ich weiß nicht, machen Sie Sport oder etwas? Ah, ja, taubeschieße, mach ich. Ja, oder Sie können auch vor jedem Training eine Tasse trinken. Das ist gut. Ja, mit diesem Tee, es ist wichtig, keine Pause zu machen und trinken viel Wasser. Ich mach nie Pause. Den ganzen Tag schneide, renn dann hoch, laden. Die Mühle ist ja immer am Laufen. Das ist gut. Ah, ja? Ja, das ist ja, mit vielen Bewegungen, das ist dann gut. Ah, ja? Ja, Sie arbeiten dann. Ah, ja, klar. Ich bin selbstständige Schichtarbeiterin. Ja, ich auch. Ich bin auch. Ja? Ah, das ist ja klasse. Ja. Schmeißen wir mal ein paar Barre rüber. Ja. Ah, ja? Es ist wichtig, keine Pause dann zu machen und viel Wasser trinken am Tag. Ungefähr zwei Liter. Ich trink nur Bier. Ah, Bier. Ah, ja? Wir haben eine Brauerei hier im Dorf. Der wird immer gesoffen. Dann, ich weiß nicht, wie viel das ist gut zu abnehmen, viel Bier trinken. Ah, ja? Ja. Und wie lange hält so eine Packung, wenn ich fünfmal am Tag was trink? Eine Packung ist genug vor circa zehn Tagen. Und wie viel nimmt man da ab? Ja, wenn Sie, ja, wenn Sie machen das so, dass Sie mit keiner Pause, mit viel, ein bisschen viel Bewegung, mit viel Wasser, mit ein bisschen Sport, Sie können auch vielleicht drei bis fünf Kilos abnehmen. Ah, das ist ja super, dass man ohne so einen Tee ja gar nicht schaffen. Ach so, das, das, wir empfehlen immer dieses Tee. Ah, ja? Für bessere, für bessere Resultate und Ergebnisse. Das ist gut. Der freut mich. Hey, das sage ich gleich dem Pfarrer. Äh, dann, äh, ist das in Ordnung, dass ich schicke Ihnen diese eine Packung oder Sie wollten vielleicht probieren mit drei Packungen vor einem Monat? Ah, gibt's da einen Sonderpreis, wenn die drei Stück nehmen? Ah, ja, weil Preise sind reduziert. Äh, eine Packung, es kostet 49 Euro, aber, äh, für drei Packungen, äh, Sie können drei Packungen kriegen für 147 Euro. Ah, das ist ja geschenkt, aber was ist denn da drin, dass das Zeig so viel Geld kostet? Das ist schon nicht normal. Ist das zu viel zu Ihnen? Nein, zu viel ist es nicht, aber ich frage mich, was ist da drin? Ah, was ist da drin? Ja? Das ist ein grüner Tee, Zitrone, Melisse, Brennensessel, Pfefferminze und Oliven. Das sind Hauptzutaten. Ah, das wächst ja alles bei mir am Garten. Wofür brauche ich dann den Tee? Ich dachte, das ist schon richtige Medizin. Ah, ja, es ist wie ein Medikament, aber das ist für schnelle Resultate und schnelle Ergebnisse. Sie sollten dann dieses Tee trinken, weil Sie wollen vor einem vielleicht einen Monat viele Kilos abnehmen. Ah, ja? Sonst spart ich mir jetzt mal einen Vordranger rein. Das muss ja schon. Ich muss ja ein bisschen was abnehmen. Ja, äh, dann was machen wir dann mit Bestellung? Hey, gib mir mal drei Stück. Das nehmen wir mal mit. Ja, wollen Sie diese einmonatliche Behandlung? Ah, du hast gesagt, eine Packung ist für eine Woche. Dann brauche ich ja vier Stück für einen Monat. Äh, drei Stückchen. Eine Packung ist für zehn Tage. Ach so? Ja, drei Stückchen für einen Monat. Na gut. Ja, ist das in Ordnung? Ah, ja? Äh, ich brauche Ihnen Postleitzahl. 1-9-1-4-4-8? 1-9-1-4-4-8. Ja, Emskirche? Äh, nur einen Moment. Äh, 1-9-1-4-4-8. Nein, kannst du denn kein Deutsch schwätzen? 9-1-4-4-8, habe ich gesagt. Alter, du... 9-1-1-4-4-8. Hä, wo bist denn du weglaufen? Nein, ich habe nicht gut gehört. Ich habe gefragt, wo du weglaufen bist. Vielleicht zahlt es den Finderlohn, wenn man dich zurückbringe. Ach so. Ha ja? Produkte kommt aus Slowenien. Aus Slowenien? Ja, genau. Ah, ja. Warum denn so weit weg? Ja, weil Zentrale ist in Slowenien, aber ich arbeite von Linz. Von Linz? Ja, von Linz, aber... Ja, ich bin im Moment von Linz, aber Lieferung kommt aus Slowenien. Ah, jetzt müsst ihr eigentlich das Lied von der Ansbach-Dragona singen, weil ihr Österreicher wolltet uns ja das Land wegnehmen. Das haben wir nicht vergessen. Aber 300 Jahre später noch nicht. Ja, das passiert so. Da sagt sie, das passiert so. Das gibt es ja nicht. Ja. Ja, aber das ist bei uns so. Ja, kommt das, weil die Hauptzentrale ist in Slowenien und deshalb Produkte kommt aus Slowenien. Ah, da kannst du aber nicht mein Land wegnehmen. Aber das dauert nicht so viel. Aber das dauert nicht so viel. Es ist nur ein bis zwei Werkstage. Zwergentage? Ah, das ist gut. Werkstage, Werkstage. Gibt es auch Hobby-Tage bei euch? Ich mag da Bilbo am liebsten. Ja, im Moment nicht. Nein? Das ist traurig. Nein. Und welche Stadt Sie haben gesagt? Emskirche? Emskirchen. Ha, ja. Und Straße? Ha? Straße? Alt, ey. Alt-Schauerberg. Acht? Schauerberg. Alt-Schauerberg. Acht? Hab ich gefunden. Kannst du mal noch die PZN-Nummer geben? Ich habe von dem Tee. Das brauche ich. Welche Nummer? PZN? Paula Zeppelin. Not Paul. Ja, von den Produkten. Ja, klar. Ja, das bekommen Sie, wenn das Produkt kommt, das bekommen Sie im Paket. Ich brauche das vorher. Das muss man ja geben können. Ja, Sie brauchen das jetzt. Na ja, Vorfreude ist die schönste Freude, wenn wir das schon mal alles angucken. Alter, Bock? Ja, gut, kein Problem. Ja, gib her. Ja, guck. Hab mir den ganzen Tag Zeit. Ja, ja, gut, kein Problem. Los. Ich dann gucke, ich gucke dann die Nummer. Ja, los, dann guck. Ja, und ich rufe Ihnen noch einmal an. Nein, ich muss jetzt gleich in der Gatte Maulwurfügel ausgraben. Jetzt geh halt suchen nach der Nummer. Los. Ja, weil ich habe diese Nummer nicht im Moment. Aber warum nicht? Du musst doch die Nummer geben, wenn die Leute anrufen. Weil wir haben viele Produkte. Ja, ja, natürlich. Das musst du doch wieder. Ja, ich muss jetzt finden. Ja, ich muss das finden. Na ja, los. Ich warte. Ja, gut, dann. Kannst du mal so lange erzählen? Habt ihr auch Viagra? Äh, was haben wir? Viagra? Oder Cialis? Nein. Nein, wir haben nicht das. Aber wir haben andere Produkte. Der MPler hat fünf Hämmer. Und andere Namen. Ja, der Name ist mal egal. Der muss nur steinhart werden. Ja, da sind Testoikapseln. Haben Sie das bestellt, oder? Na ja, vielleicht kann das. Was kostet das und was ist das? Ja, eine Packung kostet 49. Ja, und was macht das? Diese Testoikapseln sind ein Potenzmittel. Aber es ist nichts wie Camagra oder Viagra. Sondern? Ja, es ist auch total Produkt. Und mit diesen Kapseln sollen Sie den Verkehr verlängern. Und eine lang alte Hände Erektion erreichen. Das verlängert der Verkehr? Ja, genau. Bis eine Stunde. Alles ist ja geil. Warum? Wie, warum? Ist das für eine Frage? Ja, ich habe gesagt, ja. Aber dich hat wahrscheinlich länger keiner mehr Rohr genommen. So wie du dich auch hörst. Wie so Windmühle hörst du dich auch. Ja, ich höre nicht so gut. Ja, das merke ich. Ja. Ja, ich höre nicht so gut. Dann musst du Medikamente kaufen. Es gibt ja auch Medikamente gegen schlechtes Hören. Bei euch auf der Internetseite. Da kannst du die mal ausprobieren. Ja, vielleicht. Oder versuchst du mal mit Schule? Das soll auch helfen. Gzindeltes Bläde. Steht's weg? Ja, raus. Ja.